Hey Miles, ich habe ein paar Adressen, die Pete erwähnt hat, von Black Hats Verstecken. Bin zuerst nur unterwegs. Danke für das Angebot. Felicia könnte Pete's überrumpeln. Ich weiß, du bist mit deinem College-Aufsatz beschäftigt. Keine Sorge, Spider-Man-Action geht immer. Wir müssen wohl beide an unserer Work-Life-Balance arbeiten. Ich sitze an meiner Story über die Jäger. Könnte mir den Job retten. Aber ihr beide? Was mit Scorpion passiert ist? Die Sache mit wem? Ich kann mich wegen ihm nicht konzentrieren. Lass dich nicht davon auffressen. Konzentrier dich auf die aktuelle Aufgabe. Das ist nicht alles. Bei der Sache mit Liebe kam ich neue Kräfte. Sie sind blau. Moment. Wo wollen sie hin? Es wird noch jemand verletzt. Na los! Versuch uns zur Schnappenspinne! Redet ihr mit mir? Sorry, aber ich muss langsamer machen. Klar, wir spinnen es über uns. Ich wusste, du kommst her. Vielgesichtet! So eine Verfolgungsjagd bringt das Blut in Wallung. Jetzt bin ich voll da! Das wird noch mal! Ich weiß nicht, ob wir nicht alle verletzten. Ich muss nicht mehr probieren. Ich bin sehr gut. Ich bin auch nicht mehr. Ich bin sehr überläufer. Du bist der Schnapp. Und das ist ja super. Ich bin sehr gut. Der Schnapp ist in der Schnapp. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr sehr gut. Ich bin sehr gut. Okay, MJ. Ich kann wieder reden. Weg los! Lass dich nicht davon auffressen. Konzentrier dich auf die aktuelle Aufgabe. Das ist nicht alles. Bei der Sache mit Liebe bekomme ich neue Kräfte. Sie sind blau und seltsam. Mit Spinnenkräften kenne ich mich nicht so aus. Könnte es am Stress liegen? Du machst eine Menge durch. Aber du bist nicht allein. Selbst Pete und ich sind uns nicht im Klaren. Ein Schritt nach dem anderen, oder? Wir finden. Ich weiß. Danke, MJ. Und Miles, Vorsicht bei Felicia. Du kannst dir nicht trauen, egal was sie sagt. Warne sie vor den Jägern und bring sie aus der Stadt. Verstanden. Ich gebe Bescheid, wenn ich dort bin. Ganz und gar nicht meine Kreatur. Denn der Mann, der es wagt, sich über die schönste der menschlichen Natur zu erheben, ist unermesslich unter sie gefallen. Bei Gott, die Philosophie hat den Burschen nicht ganz zum Narren gemacht. Aber bitte. Oh, machst du auch Partei-Fotos, Spider-Man? Ich könnte ein neues gebrauchen. Ob auf der Bühne oder im Freien, wo kann man schon sonst jeden Tag Legenden und zukünftige Legenden auftreten sehen? London? Das ist echt weit weg. Das sind Einbrecher. Es geht los! Pass auf, Spider-Man! Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Wir kommen! Zerknäpf die Spille! Hey, wo ist er? Er ist zurück! In der Luft! Da! Nächstes Mal wisst ihr es besser. Wie sieht's aus? Als wäre hier geplündert worden. Perfekt, um die von Genki ausgerüstete AR-Technologie einzusetzen. Kratz-Spuren. Irgendeine Spur von ihr? Ich hab Kratz-Spuren mit Spuren von Metall gefunden. Ich prüfe, ob sie zu ihren Krallen passen. Ich muss nur die molekularen Bestandteile der Metallrückstände isolieren. Hm. Hm. Das stimmt nicht. Hm. Das war falsch. Dann schauen wir mal. Gut. Titan. Was noch? Okay. Ich hab's. Kobalt. Das sieht gut aus. Wer sagt, Wissenschaft macht keinen Spaß? Hm. Fertig. Wolfram. Ein Treffer. Ich hab's. Es ist sie. Spuren von ihren Schuhen. Sie muss sich beeilt haben. Sie holte etwas aus dem Kasten an der Wand. Sieht aus wie ein Safe. Aber er ist leer. Ich muss etwas vergessen haben. Ich muss etwas vergessen haben. Jäger. Ja. Jäger. Sollte ausreichen, um die Szene zu rekonstruieren. Sie haben angegriffen, aber sie ist geflohen. Sie sind hier schon auf der Spur. Deshalb muss die Stadt vor den Jägern gewarnt werden. Sie hätten... Halt mich auf dem Laufenden. Wow! Das muss sie sein. Und so wurde aus der netten Warnung mal schnell eine Rettungsaktion. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Felicia kann auf sich aufpassen, aber... Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesen Jägern. Sorgst du dich um die Extern des Freundes? Wahres Mitgefühl! Ich habe sie wohl verpasst. Irgendeine Spur von ihnen? Ich schaue mich mal eben um. Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber... Er hat keinen Strom. Ein elektrischer Knoten. Es gibt sicher mehr. Das ist die unterbrochene Stromleitung. Sie ging da runter. Ich wette, der Generator ist für den Safe. Ich muss diesen Generator starten, wenn ich sie finden will. Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Sieht gut aus. Wie kann ich den Strom wiederherstellen? Ich... Das war's. Ich bin drin. Paris. MJ, kannst du Französisch? Nicht ein Wort, aber schick's mir mal. Okay. Hier ist eine Bedienungsanleitung für Anstab von Watum. Watum? Hm. Ich mach mich mal schlau. Eine Sekunde. Jäger. Was auch ihr Ziel ist, ich muss hinterher. Laut einer Übersetzung des mystischen Arcana ist dieser Stab alt. Und ich meine, vor unserer Zeitrechnung alt. Angeblich kann sein Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Die Magie? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. Sie sind in Position. Sie gehört uns. Sie ist definitiv da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Was auch immer dieser Stab macht, er ist hell. Sie spielt mit uns. Aber wir haben das Sanctum umstellt. Sie ist uns schon zweimal entwitten. Es ist Spider-Man! Fang sie! Entweder zaubert Blackhead da drin, oder ich verpasse eine krasse Party! Ich hab' ein komisches Gefühl. Die ganze Jagd war wirklich voller Überraschung. Konzentrier dich auf die... Gerüchten zufolge gehen in diesem Gebäude seltsame Dinge vor sich! Das scheint zu stimmen! Die Spinne ist hier! Viel erfasst! Der französische Text auf der Postkarte bedeutet... Mein Lebensinhalt. Die Zeit ist knapp. Ein neuer Partner. Bei Felicia? Weiß man nie. Versuchen sie uns abzulenken. Jetzt bist du dran! Da! Genau! Ja! 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 Juh! Ja. Ja! Ja! En ev트 Kerl! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die kleine Spinne möchte spielen, ha? MJ, sie hat den Stab geklaut! Und die Magie ist ziemlich echt! Was? Was ist passiert? Hey Kat, können wir reden? Mach doch mal langsam! Verschwinde, oder ich zaubere dich in den Pazifik! Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Hast du nichts besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören! Das ist leichtsinnig, selbst für dich! Wer ist das? Bist du das, Roadshop? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Kannst du das lassen? Ich will dir helfen! Ich brauch keine Hilfe von dir oder sonst einer Spinne! Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen! Hey, ich kann euch Clowns hören! Oh! Oh! Wir fahren! Felicia, das ist gefährlich! Oh! 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 Wir können den Stab, der dich töten will! Stiel dein eigenes mystisches Artefakt! Oh! 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 Das ging hier nie um Craven! Ja! Oh! 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 Warum hilfst du mir nicht, ihn aufzuhalten? Du bist Spider-Man. Du hast die Stadt schon mal gerettet. Das schaffst du auch wieder. Spider-Man hatte Recht mit dir. Du denkst nur an dich selbst. Hör mal, Kleiner. Das geht dich nichts an. Meine Freundin ist in Paris. Und hat meinetwegen Ärger mit üblen Kerlen. Hast du jemals was aus Liebe getan? Sie braucht mich. Jetzt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mit diesem Ding vorankomme. Laut MJ ist dir nicht zu trauen. Der Rutschopf ist schlau. Aber du musst eigene Entscheidungen treffen. Da ist die Katze. Fang sie lebendig. Sie gehört mir. Hinter dir. Sie ist überall. Ich kann sie nicht fangen. Du solltest weg. Nimm dir ein Portal. Die Bedienungsanleitung für dieses Artefot war nichts Verständnis. Du wirst wohl langsam besser darin. Besser genug. Wir kriegen das schon hin. Gemeinsam. Verdammt. Mutige Einstellung, Junge. Es heißt Spider-Man. Nicht, Junge. Danke. Okay, Spider-Man. Dann zeig mal, was du kannst. Mehr von ihm. Auf dem Dach. Hey. Durch dieses Portal. Hält dir diesen Stab. Ich muss dir erwagen. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar. Ich brauchte die Ablenkung. Kenn ich. Überraschung. Das tat weh. Er ist nicht schneller als deine... Achtung. Ah, da ist ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehm deine Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Etwas abwärts. Hier drüben. Der Vereinspeicher wird. Hey Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. The Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haft. Das war krass. Vorsicht mit der Seite. Es klingt. Erwischt. Er ist ein Winner. Er ist... Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lassen wir es nicht so weit kommen. Okay? Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Die beiden, die Hunde. Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Sieht ihr vielleicht? Der neue Spider-Man. Holen sie euch. Über uns. Ah, da ist ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehm jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Was haben wir denn hier? Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind gegen der See dürfen hier? Ach, die Welt. Ach, da ist ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehm jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind gegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wolltest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Lasst dir nicht von der Spelle halten. Ziel, sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lassen wir es nicht so weit kommen, okay? Schieße. Hinter dir. Sie ist überall. Ich kann sie nicht fangen. Eröffne Feuer. Etwas Abwechslung. Überraschung. Das war ein Fall der Wiff. Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer. Vorsicht, die Portale. Ziel erfasst. Ernst, halt! Ah, da ist ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehm jede Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Hey, Spider-Man. Glaubst du, wir sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Aufgefahren. Lass dir nichts hinter dir. Das macht weh. Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lass mir es nicht so weit kommen. Okay? Ziel erfasst. Überraschung. Sie ist überall. Ich kann sie nicht fangen. Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer. Fortig, die Portale. Hier drüben. Ziel im Visier. Beine los. Das ist mein Ziel. Dieser Verein kann ich erwischt. Ziel gesichtet. Ah, da ist ein Geschützturm. Hier ist noch ein Portal. Ich nehme die Hilfe, die ich kriegen kann. Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschützturm damit aus. Höre da raus. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu hau... Ich hoffe, dass Sie schon von mir screamed. Ich hoffe, dass Siew mollieren. Dann schläfen ihr mich an. Lass dir nichts von der Spille helfen. Willst du mir eben auch machen? Sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen Sie mich umbringen. Dann lassen wirs nicht so weit kommen. Dann töten wir Platte die glücklich. Ich kitchen defence. Ich photographiere mein Ziel. Und copyrightlich doch Anytime fare. Ich Educate Expert! Das ist schön für andere Köder. Du hast gerufen? Neue Position! Überraschung! Das war krass! Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen und das sind keine Hunde. Die beißen wie Hunde. Schlimmer! Vorsicht, die Portale! Drei Schussball! Jetzt wird es lustig. Ich wende mein Ziel. Hier drüben! Hier ist überall! Ich kann sie nicht fangen! Die schützen einfach alles auf uns! Das könnte mein letztes Leben sein. Nein! Wir bringen dich nach Paris! Deine Freundin braucht nichts! Du bist... Ah, da ist ein Geschützturm! Hier ist noch ein Portal! Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann! Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Plätze! Du hast Plätze! Schalte den Geschützturm damit aus! Hey, Spider-Man! Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen! Wolltest du das... Kämpf weiter, Spinne! Da ist ein Geschützturm! Hier ist noch ein Portal! Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann! Hast du Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze! Schalte den Geschützturm damit aus! Hey, Spider-Man! Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen! Hey, wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger! Da sind viele! Craven will dich wohl echt kriegen! Ich bin nicht zu haben! Lass mir nichts von der Sprelle halten! Sie wollen uns definitiv müde machen! Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen! Lass mich nicht so weit kommen! Okay? Meine Pfeile zurück! Sie liegt erst mal zurück! Hinter dir! Sie ist überall! Ich kann sie nicht fangen! Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen! Und das sind keine Hunde! Die beißen wie Hunde! Schlimmer! Vorsicht! Ziel erfasst! Komm nicht! Los! Los! Geh! Sie ist immer wiesig! Sie schicken einfach alles auf uns! Das könnte mein letztes Leben sein! Nein! Wir bringen dich nach Paris! Deine Freundin braucht mich! Du bist wirklich Spider-Man! Ich schieße! Ich schieße! Ich bin nicht froh! Ich komme imbres fragen! Ich Clara! Zaubertricks für Kugeln? Du hast Netze. Schalte den Geschittsturm damit aus. Ich bin im besseren Winkel. Hey, Spider-Man. Glaubst du, die sind wegen der Seelöwen hier? Oh, die will ich auch sehen. Wusstest du, dass Seelöwen bis zu 40 kmh schwimmen können? Achtung, Jäger. Da sind viele. Kraven will dich wohl echt kriegen. Ich bin nicht zu haben. Lass dir nichts von der Spille helfen. Willim, sie wollen uns definitiv müde machen. Wenn sie mich wollen, müssen sie mich umbringen. Lassen wir es nicht so weit kommen, okay? Pass auf! Lelowes! Hinter dir! Das war krass! Wie findest du Hunde? Ich steh mehr auf Katzen. Und das sind keine Hunde. Das ist nicht möglich. Du hast keine Hunde erwarten. colours siehe. Wenn das eine Hunde interessiert, dich in die Hunde zurückläuft ... Produktion.